Nach fünf erfolgreichen Staffeln im Ausland, in der hunderttausende Fans begeistert und in der neue Helden geboren wurden, kommt jetzt eine der größten MMA-Organisationen der Welt nach Deutschland. Zwei Teams. Acht MMA-Kämpfer. Eine Villa. Doch nur einer kann gewinnen. Die sieben anderen werden scheitern. Ich will wie jeder andere Champion werden, aber was ich vor allem will, ist Leute zu motivieren, ihren eigenen Weg zu gehen. Acht Episoden mit Duellen in der härtesten Kampfsportart der Welt. Gib mir mal den Refresher. Du bist so ein Hänger. Gib mir, gib mir. Mich interessiert extrem diese Kunst dahinter, wie ein Mann das leben kann, das Kämpfen einfach, sich nur auf das zu fokussieren und sich nur auf das zu konzentrieren. Dieser Sport formt den Charakter wie kein anderer. Recht gegen den Schlag! Recht gegen den Schlag! Diese Athleten kämpfen um das Recht und um die Ehre, am 4.6. im Finale in der Frankfurter Festhalle antreten zu dürfen. Herzlich Willkommen zur Octagon Challenge!